Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gebt doch genug Zellen! Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter wir brauchen. Die? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grumps. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was besonderes mit ihm vor. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom Ersten zum Letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger. Der Grand-Aufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet Eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären Sie Gebieter, Sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor Ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Ah! Ja! Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen die einen Eid. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Hüten. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht Ihnen. Das Mahl verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich. Ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Okay, wir sind jetzt... Der Arm der Propheten, Gebieter. Und sie sind das Schwert. Seid still und flink. Dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite vorgeerst. Wir sind jetzt also die Allianz. Okay. Aktive Tarnung einschalten. Zeigt euch erst, wenn der Gebieter den Kampf mit dem Feind aufgenommen hat. Am besten, Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Was hier... Spielverderber. 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 Sehen sie schlecht? Ich wünsch dir die Pestern den Hals, du Biest! Gut, hier kann man halt schlecht auseinanderhalten. Eine ehrenvolle Liste. Es war die Flugwege herauszufordern. Für unten halten! Wächter! Die heiligen Krieger des Sacred Ring! Warum haben die sich mit den Ketzern verbündet? Ruhig jetzt! Gebieter, sichern sie den Hangar und öffnen sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Wächter, verteidigt uns! Was ist das? Okay, true, 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 first year. Okay, true, 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 true. Okay, true, 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 true. Was ist das denn? Oh Was ist das? Nein, wirst du dich denn noch verstecken, Feigling? Ok, nu Weiter nach unten, such den Anführer dieser Grenze an! Dachwünsche zum Aufzug, oder? So... Dachwünsche zum Aufzug! 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 Dachtest du, du kannst dich vor mir verstecken? Hmmmm… 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Spur vom Anführer der Ketzer oder deinem Banshee. Also weitersuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehen Sie Gebieter, da sind noch mehr Ketzer. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Ketzer. Der Anführer der Ketzer. Das war's, du bist! Aber wir haben dich! Oh.